Wir arbeiten in dem Projekt mit der medienethnographischen Methode. Das klingt jetzt vielleicht erst mal abstrakt, aber ganz konkret bedeutet das, dass wir in die Haushalte fahren, dort die Leute besuchen und uns angucken, wie sie Medien nutzen und auch mit ihnen natürlich darüber sprechen, wie sie Medien nutzen. Wir sind dazu im letzten Sommer in 25 Haushalten in Norddeutschland gewesen, haben uns dort mit Paaren getroffen. Wir interviewen immer die Paare zusammen, weil dort ein Gespräch entsteht, die Menschen erklären können, wie sie gemeinsam zu Hause Medien nutzen und sich vielleicht, wenn es nötig ist, zum Teil auch korrigieren können. Und diese Fragen, die wir dort stellen, basieren auf unserem Forschungsinteresse. Wir haben aber auch diese Fragen um Kreativtechniken ergänzt, weil es manchmal gar nicht so leicht ist zu erzählen, wie man Medien nutzt und man sich vielleicht auch nicht so gut erinnern kann. Eine Variante davon war, dass wir den befragten Karten angeboten haben. Auf diesen Karten waren Medien abgebildet, also das Radio, Fernsehen, Zeitung, das Internet. Und es gab eine weitere Karte, da stand ich drauf und die symbolisierte dann den Befragten. Und die Befragten haben um dieses Ich herum die einzelnen Medien platziert und so zum Ausdruck gebracht, wie wichtig ihnen die einzelnen Medien jeweils sind. Ja, nach dem Interview haben wir uns von den Befragten auch zeigen lassen, wo sie zu Hause Medien nutzen. Wir haben angeguckt, an welchen Plätzen sie Fernsehen, wo sie das Internet nutzen und haben das auch fotografiert. Und wir haben im Vorfeld, bevor wir die Interviews gemacht haben, auch Fragebögen verschickt, wo die Befragten die harten Fakten ihrer Mediennutzung genannt haben, also zum Beispiel wie viele Geräte sie zu Hause besitzen, welche Geräte davon mobil sind oder auch wie lange sie zu Hause Fernsehen schauen.